und weiter geht's hier ist der V-Buddler von Miner.de und jetzt hacken wir hier erstmal hauen wir mal ein bisschen Sand da rein nicht Sand, dann machen wir Erde hin Eimer habe ich natürlich jetzt nicht dabei aber ist auch egal Wasser finden wir noch ähhhh jetzt läuft das hier mal alles leer oh das ist schön ach so weit war das und ich glaube ich sehe da sogar Obsidian hahaha ja sollte dies unser Glückstag sein das wird sich gleich zeigen wenn ich jetzt hier nicht bald mal Licht mache so was haben wir denn hier Redstone, Redstone yeah ein bisschen mehr Euphorie bitte ne also bitte hochspringen aus euren Sitzen und jubeln und den V-Buddler Lob preisen dafür dass er diese Abenteuer hier begeht und hoffentlich auch übersteht ach wie schön ach wie schön sieht das denn aus und immer noch kein Monster hier was ist eigentlich los mit euch die kommen dann wieder so unverhofft ne was mach ich denn hier ich wollte ne Fackel da hinhängen so ahhh ja diesen Anblick muss man sich natürlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen ganz viel Redstone ganz viel Lava ganz viel Wasser wo wir jetzt da nicht rein dann werden wir in die Lava gespült aber hier ist das natürlich ein schöner Ort da okay aber wir müssen das irgendwie sichern und auch von der anderen Seite dran glaube ich huch ja immer so ein bisschen noch die Dinger die im Weg stehen dann hake ich gerne mal weg da geht es lang ne hier war der Redstone sollen wir den schon holen ach wir gehen mal jetzt hier aufs ganze wir sind ja schließlich nicht zum Vergnügen hier und außerdem fürchten wir uns nicht und wenn ich mich jetzt auch etwas geschickter hinstelle sehen wir auch was da passiert eventuell hinter uns so das ist ganz hervorragend hier haben wir da vielleicht noch mehr oh Redstone da können wir ja bald Redstone mit bauen das wäre doch schön hier Türen, Mechanismen und all solche Geschichten ah das freute mich so dann gucken wir mal hier unten dass wir nochmal eine Fackel hinhängen das ist vielleicht eine ganz gute Idee aber auf die rechte Seite eher so sonst bringt das ganze System nix wir mit rechts und links und zurückfinden ne weil oh das ist gefährlich da das ist gefährlich da das gefährlich aber Obsidian ist auf jeden Fall schon mal hier also haben wir da schon mal genug von dem Zeug da war doch noch was wusste ich doch und noch mehr das ist einfach cool hier Mensch also ich sag mal dann haben wir gleich wirklich schon so viel oh das ist nicht sicher nicht sicher könnt ihr auch mal abwärts gehen ne und und dann ist es wieder vorbei ich gucke mich jetzt gleich noch in der Lava Halle etwas um ich weiß gar nicht ob ich das jetzt hier alles abpacken soll ach jetzt sind wir einmal dabei ne können wir mal einen Sicherheitsblick riskieren und dann was machen wir denn jetzt springen wir da mal rein wie kommen wir dann wieder raus dann bauen wir uns erstmal hier noch schönen einen kleinen Ausgang so eine Terrasse damit wir hier nicht du kommst mal weg du bestehst uns im Weg du auch jetzt hauen wir hier mal noch ein bisschen Lehm an die Wand ne und guck mal da kommt überall Wasser und Lava und das ist eigentlich irre hier sollte man eigentlich mal alles aufwühlen ja sollte man alles mal nur jetzt so richtig kostbare Sachen die haben wir noch nicht gesehen ne das ist irgendwie ein bisschen schade da kann man jetzt hier mal guck mal das ist doch noch nicht zu fassen wie das hier noch weiter geht Leute, Leute, Leute naja oh das sieht aber strange aus ne wie so ein Lava das geht auch noch um die Ecke da hinten halt das mal weg hier wo ist denn der Zombie der hier so gerade so rum da wahrscheinlich ne den können wir ja mal ein bisschen beleuchten man sieht nix man sieht nix ne man sieht nix nehmen wir Redstone mit Redstone ist immer ne tolle Sache geht das überhaupt jetzt hier oder fallen wir schon runter oh nein ok kein Problem kein Problem, Leute ich kann nicht rausfallen ich kann nicht rausfallen also in die Lava und alle die jetzt auch wieder Panik bekommen haben ne da muss man einfach cool bleiben ich bleib doch nochmal cool das wisst ihr doch so gucken wir mal hier auf dieser anderen Seite hier ist noch so ne ich höre überall Zombies und Wasserplätschern aber kann die Kerlchen einfach nicht identifizieren ja das ist auf jeden Fall ne tolle Sache hier unten also schade dass jetzt hier nur Kohle ist ne so ein bisschen Diamant hätte ich doch jetzt auch schon mal ehrlich gesagt hätte man uns das auch verdient naja scheaten wir uns halt einfach welchen nein Spaß Leute alle sind zusammengezuckt vorrat ist alles scheißegal meiner Meinung nach ne also jeder soll zu spielen wie jemand Spaß macht macht alles irgendwie Spaß so das hat Minecraft macht immer Spaß da kannst du sheeten kannst du nicht sheeten ja da kannst du pfeifen kannst du auch nicht pfeifen ja da kannst du was weiß ich kloppen oder nicht kloppen servern oder nicht servern kannst du kannst in Lava fallen oder nicht in Lava fallen dafür hab ich mal gucken wie tief die ist auch gar nicht tief gar nicht tief dafür nehme ich immer gerne Geröll mit da kann man immer schön so Lava auffüllen und mal gucken wie tief das ist und so Sachen den Block den hau ich auch weg weil der uns einfach die Sicht versperrt ne so können wir eventuelle Gefahren früher erkennen die sich uns nähern ne hier sind doch glaube ich auch noch da oben sind noch so Schächte haaa was muss das auch alles immer so gefährlich sein also ich keine Erde mehr bei mach kein Mist oh doch 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 ei ei okay ich hab aber auch schon jetzt hier sehe ich gerade 31 Eisen und 7 Gold ich finde es reicht erstmal vielleicht sollten wir langsam wir müssen ja auch noch wieder zurückkommen wie gesagt diese Höhle die werden wir noch oft aufsuchen auch hier unten das reizt mich völlig das mal so aufzuwühlen ne also ich würde mal jetzt vorschlagen wir gucken mal lieber dass wir auch wieder heil nach oben kommen das ist ja nicht gerade um die Ecke wir sind ja doch jetzt äh wie geht denn das jetzt hier muss man lang vielleicht ah ja hier hier war ich auch schon ja aber da bin ich immer noch hingerannt gut hier geht's wohl hoch ah ja hier bin ich alles klar ich weiß jetzt wo ich bin ich wollte hier nochmal reingucken und äh hier ist auch noch ein bisschen Silber nehmen wir auch noch mit ah das ist toll das ist wirklich toll hier die Höhle macht mich glücklich ja oh oh richtig das Loch hatte ich auch schon letztes Mal gesehen das ist natürlich oh ich bin jetzt ja schon wieder ah kurz davor ne hier so diesen Basejumper zu spielen ne komm wir nehmen wir noch ein bisschen hier Geröll mit und gucken mal was dahinter ist vielleicht haben wir ja Glück und äh dahinter sind mal so ein paar Edelsteine ah hohohohoho hohohoho ne das war jetzt äh ne knapp weil in einem Normalfall da kann da nicht viel passieren im Normalfall da haut man da schnell rennt man einen Schritt zurück das ist die Lava ist ja langsam ja also kann nicht viel passieren aber war natürlich doch eine heiße Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gucken wir mal hier jetzt werden wir auch noch verschlagen glaube ich ne doch nicht so schlimm ah da scheint aber auch noch ein Gang zu sein ich bin auf das Schlimmste gefasst ne jetzt bloß nicht dran irgendwie vergessen irgendwie dass man ja hier in Gefahr ist ne Minenarbeit ist nun mal eine gefährliche Sache im Gegenteil zu Minenarbeit.de da könnt ihr immer hingehen das ist überhaupt nicht gefährlich ihr werdet da auch nicht belästigt weil ich euer Vorbotler darüber wache wer wie kommentiert und da seinen seinen Senf hinterlässt ne und da ist also jeder gerne willkommen und kann da auch in Ruhe rumsurfen und rumlesen das da bitte ich euch dann auch um Verständnis wenn ihr da mal einen Kommentar postet zum ersten Mal das kann schon mal ein bisschen dauern bis der dann tatsächlich auf der Seite erscheint weil ich die ja selber noch erstmal freischalten muss das ist einfach aus Sicherheitsgründen weil ich möchte einfach keinen Müll da haben irgendwelche Trolle ne und die packe ich immer sofort in die Akismet Akismet Datenbank das mache ich jetzt nicht mit dem Gold das fällt dann runter und ist weg oder wir müssen doch da noch runter was meint ihr hab ich denn ah ich hab nicht mehr so wirklich viel Fackeln ich glaube das bringt jetzt nichts wir können höchstens mal ein bisschen noch beleuchten wenn ich da unten jetzt sag ich mal jetzt noch so ein Diamant sähe ne also ein bisschen runter können wir ja noch ne da ist nur noch Redstone ach ja so doll ist es gar nicht guck mal hier haben wir noch so einen Raum wie tief sind wir 13 Meter über 0 ah ja gut das müssen wir später machen das kriege ich jetzt nicht hin ich hab nicht mehr genug so wird es gefährlich ich hab zu viele Ressourcen schon dabei das ist mir jetzt zu zu heiß ich hab auch einen Pilz eingesammelt irgendwie jetzt hab ich gar nicht gemerkt irgendwie hab ich gerade wo mal irgendwo einen Pilz mitgenommen es kommt mir wieder Lava entgegen ah ja jetzt können wir aber das Gold auch abhacken äh auf dem Rückweg ups komm ich schon dran ja jetzt also hatte ich ja schon die richtige ja komm da ja kommchen komm komm so nochmal eben so ein paar Steine weg da bin ich auch mal so frei und hau einfach mit der Silberachse da rein so muss ja jetzt mal ein bisschen schnell gehen jetzt können wir wieder auf unser normales Werkzeug zurückgreifen wie komm ich eigentlich wieder raus darüber mach ich mir dann irgendwie nie Gedanken ne äh hab ich inzwischen auch wieder Erde dabei ne hab ich immer noch nicht ach dann hauen wir uns jetzt hier einfach mal so einen Weg raus hier wieder eine Etage da sind wir doch gleich schon oben so ist doch alles gar nicht so schlimm das nehmen wir auch noch mit ach toll jetzt habt ihr auch diese Höhle gesehen ich hoffe ich denke auch mal daran dass ich euch die Koordinaten noch mitteile wie gesagt die findet ihr dann auf minenarbeit.de unter der Abteilung Glossar auf der Seite Glossar und aber warte mal wie war der denn nochmal wenn man hier rauskam musste man doch nicht links laufen ja genau ups hui ja und dann bin ich gleich oben ich bin jetzt aber sehr vorsichtig wo muss ich denn lang da hinten hier hoch fackeln stehen links das ist gut und es geht auch aufwärts das ist auch gut ach ja ich weiß wo ich bin und jetzt einfach bloß nicht mehr zögern und stehen bleiben sondern wirklich rennen 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 hu und dann habe ich es geschafft ja ich würde sagen ich gucke jetzt vorsichtig mal raus ob draußen Tag ist wenn es Tag ist mache ich mich auf den Weg zurück nach Bad Schönfels mit so möglichst vielen Ressourcen in der Tasche macht es gut bis dahin dann ich gucke jetzt mal